So Leute und weiter geht's hier bei Resident Evil, wollte ich schon sagen. Last of Us. Remastered. So, tun wir noch ein bisschen die Umgebung erkunden. Die sehen ja süß aus. Die sieht aus, als ob der gerade eben aus dem Knast kommt. Und die hat 10 Jahre auf den gewartet. Super, sag. Na hier ist Milch. Ja, der kommt auch aus dem Knast, ne? Hier. Direkt von da drüben. Ja, scheinen irgendwelche Arbeiter zu sein. Ja, okay, danke. Danke, danke, dass sie mich zurechtgewiesen haben, Sir. Wo bist du? Mann, ich bin immer cool. Ich bin immer cool. Ich habe heute frei. Besuche ein Freund. In Ordnung, geht weiter. Danke. Verdammte Fireflies. Äh, so. Komm schon. Also, L1, okay. So kann man schnell rennen. War ein kleiner Tutorial. So viel zum einfachen Weg. Du sagst es. Ja, mhm. Okay. Auswählen. Und verarzt. Ja, ich habe mich wohl verletzt. Ja, ich habe mich wohl verletzt. Wir werden mit den Tutorials fließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Herr Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht es am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahl. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Mir auch nicht. Wie gesagt, das Spiel ist auf der PS4, hat paar kleine Bugs. Leider. Leider. Ist ein geiles Spiel. Hey Leute, wie sieht es aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht es hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Alter, wie viel trinkst du den, Mann? Leck mich doch, Alter. Ja, lass mir mal damit. Draußen geht voll die Apokalypse ab und der hier besäuft sich, Alter. Ja, ich... Kein Ding. Kein Ding, Tess. Bin dabei. Seid vorsichtig da draußen. Mann, ich bin immer vorsichtig. Oh, hier ist aber... Oh Gott, das ist schlimm. Es ist aber dunkel. Ah, jetzt. Danke, Tess. So, unser Zeug. Kann ich nicht rennen oder so? Doch. Kann ich. Also, hier der Trennsystem, das ist wie bei Dead Space. Habe ich übrigens gestern gespielt. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ich hab... Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Ich hab leider noch keine... noch keine Capture Card. Elgato. Ja, sonst würde ich das ja aufnehmen und euch auch zeigen. Also Dead Space ist auch ein ziemlich geiles Spiel. Aber ich denke mal, dieses Jahr werde ich das noch tun. Werde ich mir noch holen. Den Capture Card. Ähm, hier muss man... So. Nachladen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ja. Kein Ding, Tess. Komm. Bereit? Ja, Mann. Na los. Und jetzt passt auf. Power Braut. Ey, echt ne Power Braut ist das. Ja, komm. Geh weiter. Nur Schmuck. Bin ich das nicht immer? Ist das ne Fangfrage? So, hier kann man noch mit Tess reden. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Also, das ist wohl die Mauer. Da steht ein... Astra F. Wer das da hingestellt hat, hab ich keine Ahnung. So, dann gucken wir uns mal wieder mal so ein bisschen die Umgebung an. Ist, glaube ich, nix. Soweit ich mich erinnern kann. Hier kann man nirgends so was holen. Außer den Tod vielleicht, aber... Hier auch noch nicht. So. Ist praktisch, ne? Wenn so eine Wand mal fehlt, da kann man hier auch durchrennen. So, die ganzen Städte, die sehen dann alle so aus. Ich glaube... So, mache ich die Taschenlampe an. Irgendwie, also... Auf Kreis kann man sich hinhocken. Ja, hier ist alles... Die Natur hat sich alles zurückgeholt, ne? Die ganzen Städte... Also, auf X tue ich klettern. Muss hier ja irgendwo sein. Ja, ich weiß, dass die... Ich hab da... Ja, schon mal gespielt, Leute. Keine Angst. Das Ding liegt hier. Es ist allerdings schon ein bisschen her. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Wo ich das gespielt hab, aber... Was soll ich ansehen? Hier kann ich irgendwas ansehen. Keine Ahnung. Weiß nicht. So. Ladies first. Lady. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Auf X durchklettern, ne? Ja. Also hier, das ist... ...ne echt geile Wohnung mal gewesen. Einen fetten Fernseher. Und wie gesagt, Leute, hier, äh, in dem... Also... Weiter in dem Spiel sind die Spiegel dann kaputt. Und sehen alle so aus, wie das Bild da hinten zum Beispiel. Man sieht sein Spiegelbild halt eben nicht. Aber am Anfang ist das schon... ...ziemlich cool gewesen. Hier, also... ...es lohnt sich in dem Spiel auf jeden Fall. Um jeden Preis muss man sich hier... ...umsehen. Na, hier war nix drin. Da. Wie tue ich das annehmen? Ähm... Okay, so tue ich lang. Ach so. Auf Dreieck. Dreieck kann ich das nehmen. Ja, kämpfen kann man hier auch, wie man sieht. So. Dann sind hier so... Also, Taschenlampe. Okay. Ja, schöne Taschenlampe. Besser wie... ...bei manchen anderen Spielen. Bei vier. Oder so. So, hier sind die, äh... Fireflies... Firefly-Emblemen. Also, hier kann man die ansehen. Lesen. Ja, okay. Umdrehen. Umdrehen. Ich hatte sie alle gesammelt. Ich hab... Also, wie gesagt, ich hab hier... ...allmöglichen Trophäen für bekommen. Am Anfang, also wo ich das Spiel gekauft hab, hab ich das... ...gesuchtet. Quasi. Jetzt hier runter. Ja, warte doch mal. Ich will doch erst mal gucken hier. Ich will doch den Leuten zeigen, Tess. Ich glaube, er hat unsere Waffe noch ab. Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen wir nächsten Monat. Mehr Tösen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tsch. Er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Also, Leute, hier haben doch nicht wirklich Menschen gelebt, hier in dem Zelt. Okay. Warte. Spuren. So, das ist dieser Krankheitserreger. Das Zeug. Wenn man die Maske kaputt geht, dann war's das. Wo zur Hölle kommen die her? Sehr was hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. So, kann man sich hinhocken. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Ekelhaft. Ekelhaft. Guckt mal hier. Da ist noch eine Leiche. Das ist wie so ein... Ja, hier. Wie so ein Pilz oder so. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Alles cool. Alles cool. Wohl. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hilf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Nein, nein. Schießen natürlich. Ein Headshot. Voll auf die Glatze. Fertig. Gehen wir. Nachladen. Ähm. So, Munition. Nachladen. Die Waffe muss immer vollgeladen sein. Ja, hier, dieser Pilz ist überall. Überall hier in dem... Überall im Laden. Äh, war hier noch irgendwas? Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Das weiß ich nicht mehr. Ist schon bestimmt zwei... Zwei Jahre her. Ja, 2014. Genau, 2014 habe ich mir das Spiel gekauft. Hier schon ein bisschen her. So alt ist das schon. Zwei Jahre alt. Original ist dann noch älter. Also, original gab es ja der... Für PS3. R1 gedrückt für den... Lauschmodus. So, das ist... Der Lauschmodus. Man kann die leise ausschalten, aber... Ich muss mal gerade gucken, wie lang mir noch bleibt. Ja, nicht mehr lang. Also, ich würde sagen, die machen wir... Fertig. Bleibt dran und wir sehen uns wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.